Hallo, die geht aber ab hier, die mir rasch, die über dir ist. Die macht hier die Kurven, ey. Ja, die hat ja breitere Flügel als ich. Jetzt wollte ich ihn gerade loben, weil er so geile Turns hier macht, aber nein. Einen wunderschönen guten Abend hier zurück bei mir, beim Franky. Servus. So, heute werden wir mit Panzer fahren, sondern wir zeigen bzw. ich, gut, Curry ist dabei, hallo Curry. Die zeigen heute den Starfighter, die F-104G, also die G-Variante ist die deutsche. Das sie hier haben mit dem schönen Narinskin bzw. habe ich mir gekauft beim Marketplace. Gar nicht zu teuer gewesen, was schön war. Ähm, ja, da würde ich mal eingehen, ja, da gehen wir mal hier auf Module. Man sieht, ja, leider keine 30G-Raketen, sondern nur 10G-Raketen. Ähm, heißt, dass, äh, hättere Kurven die Rakete nicht schafft, ja, wenn man den Gegner jagt. Ähm, das ist mehr so, ich sag mal, wenn man jetzt jemand jagt und man ist selber schneller als der Gegner. Ähm, solange der sich, äh, oder bzw. keine größte Kurve zieht, kannst du die Rakete abwerfen. Trifft meistens das Ziel innerhalb von, ich sag mal, 1,5 bis 2 Kilometer höchstens, kannst du die Rakete abschießen, weil die selber auch nicht so schnell ist wie der Chat, der Gegner-Chat zum Beispiel. Und, ja, es gibt bessere Raketen auf jeden Fall. Aber für den Anfang gut auf 10-0, wenn die, ich finde, dass die auf 9-7 gehört, die, äh, deutsche, äh, F-104-G. Und, ja, man sieht, was Curry? Hm? Was mein, achso, du hast bloß was, ich hab jetzt gesagt, du hast wieder gekichert wie so ein kleines Mädchen. Nein, schreib mir grad das auf. Hahaha. Nein, man sieht, ich hab hier ja so gut wie alles freigespielt, ne. Ähm, hab auch hier das Radar, oder was ist das? Radar-Warn-Gerät, das ist gegen was? Curry, weißt du das? Ähm, wenn dich ein Radar, zum Beispiel eine gegnerische Mirage oder, oder Phantom dich anbekommt, Ah, okay. Wenn ein Radar lockt, dann kriegst du eine Warnung oder wenn ein Radar dich erfasst. Aber auch Flak-mäßig, oder wie? Ja. Ja. Okay, gut. Äh, dann hab ich, dann hatte ich, ähm, Täuschkörper dazu bekommen. Nach dem letzten oder vorletzten Update, also später, äh, kam das dann als Zubehör, würd ich mal sagen. Als Modul. Ähm, Staffider war schon längst draußen, ne, vor einiger Updates. Aber hatte halt anfangs noch nicht die Täuschkörper dabei. Jetzt haben die erst nachgereicht von Gaijin. Warum auch immer, weiß ich nicht, hätten sie auch vorher gleich machen können. Äh, weil es wichtig ist, so Täuschkörper, ja, wenn die Raketen auf dich zufliegen, die gegnerischen. Äh, da haben wir gute Bobblast, finde ich eigentlich für so einen Jäger, ne. Man sieht hier eine 1000-Kilo-Bombe, oder ist es LPS? L, ja, LB-Bomben sind es, ja. Und, ähm, ja, könnte aber mehr sein von der Ausstattung her, ne. Von den Deutschen. Man hat Nordraketen, ja, die sind auch ziemlich geil gegen Panzer, oder gegen Bunker. Dann haben wir hier, wenn man auf Bodenziele geht, gut, man sieht ja hier, für Bodenziele, alles gut für Bodenziele hier. Ja, bis auf die da da. Also das, 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 du, die Raketen sind auch scheiße. Aber sonst kann man nicht lassen. Das ist ja alles unter Kategorien festgelegt hier, ja, Luftziele, Mehrzweckwaffen, et cetera. Oder man kann auch ohne Fliegen, aber das ist Schwachsinn, man braucht irgendwie schon. Äh, ja, Waffen, also mehr Waffen am Flieger. Sprich Raketenbomben, et cetera. Was der mittragen kann. Und, ja, gegen Luftzieht natürlich Luftziell-Munition, ja, wie man hier sieht. Gepanzerte Munition habe ich da auch, aber das mache ich dann in der Grauen Forstes dann, wenn Flieger in der Grauen Forstes mitnehmen. Wie man hier sieht, ne, hier ist ein Panzer gelistet. Und, ja, das ist der Wittmann, äh, Witt, wie heißt das, Witt, Wittwenn, Wittwennacher, ne. Ja, Wittwennacher. Ja, genau, das ist dann so ein Skandal gewesen von früher, so geschichtliches Zeug halt, aber da kennen wir jetzt auch nicht so richtig aus. Wegen technischen Problemen hat er häufig gehabt, dieses Ding hier. Und sind halt einige leider drauf, drauf gegangen, also beziehungsweise gestorben. Also ich habe letztens mir eine Doku über den Starfighter auf YouTube angeguckt und, ähm, es gab Probleme, ähm, als die Gatling, also die 20mm Brücken. Äh, warte mal, warte mal. Ähm, hier unten, ne, wo ist die, oder rechts, ne. Ja. Ähm, wenn die die im Überschall abgeschossen haben, also wenn die im Überschall damit geschossen haben, haben sich manchmal irgendwie durch den Bug und ins Trickwerk, was weiß ich was, irgendeine komische Geschichten. Und die Bundeswehr wollte das halt zu einem Jagdbomber umfunktionieren und das kann halt nicht funktionieren, weil das Ding ist einfach nur eine Rakete, keine Ahnung. Das ist eigentlich ein Bomberabfahrt-Jäger, ne. Weil das Ding ist halt auch, ähm, ja gut, das mit dem Turnen ist zum Beispiel auch nicht so gut, ne. Weil ja, guck dir mal an, wie lang das Ding ist mit den kurzen Stummeflügeln, also, ist halt mehr so ein, ja, Boomen-Zoom-Jäger, ne, auch, ne. Äh, das... Man ist, man taucht halt, man taucht halt da auf oder gegen das Weiß, du, du beschießt ihn, haust gleich wieder ab und... Gut, aber der, hier im Spiel ist das Problem halt, dass du die Geschwindigkeit begrenzt hast, ne. Hätte das Ding volle Geschwindigkeit, kommt fast keiner mehr nach. Also Ballons, technisch haben sie es so gemacht. Gut, gibt's noch was zu sagen? Ne, ne. Warte mal, ich kann vielleicht nochmal gucken, hier, ähm... Triebwerkmäßig, wie stark das ist, ja, hier kann man sehen, ja. Ähm... Wie viele Päs hat denn das? Steht das irgendwo? Ne, ne. Ja. Ach, hier, hier kann man es auch sehen. Ähm... Ja, Höchstgeschwindigkeit 2300, knappe 2400 kmh. Äh, aber da ja das Spiel, wie gesagt, begrenzt hat auf eine bestimmte, bestimmte kmh-Zahl, wird es, ähm, ja, schwierig halt, ne. Das ist halt das Problem bei dem Ding. Gut, Curry, kannst rein drücken. Jupp, auf geht's. Ich bin jetzt alle der Profi, wenn man jetzt hier im praktischen Teil rüber geht, ja, hier, wenn wir fliegen dann gleich. Ähm, aber... Ja, der Curry zeigt uns dann, wie das geht, wie man am besten fliegt. Ja, also... Ich mein, ich hab jetzt auf... Auf der A-Vari... Warte, ich guck hier grad. Schlachten... Hier, wo ist es dann, wo ist es dann? Hier, hab ich 6,8 Schlachten geflogen, hab die beide voll ausgebaut. Ähm... Ähm... Man sollte auch am besten immer gleich am Anfang, wie wir dann gleich machen, auch steigen. Mit dem Teil, Gegner aufsuchen am besten, eben, mit dem Pulx, sondern die, die abseits fliegen, dass man die dann bekämpft. Und... Ähm... Man kann notfalls einen Turnkampf, aber man muss die Kampfklappen aktivieren. Sonst, äh... Ja. Kommst da fast nicht nach. Und man braucht halt die Geschwindigkeit dafür. Ja. Kann man sich das nicht so vorstellen, wie eine Bf 109, das ist auch ein Boom und Zoomjäger. Braucht Geschwindigkeit, damit es gut hören kann. Und so ist es hier auch. Ja. Ich hoffe, dass wir jetzt reinkommen. Ich glaub, es wird bestimmt ein Mixed Battle oder sowas. Ja gut, lieber Mixed Battle als gar nix mehr, weil ich will das jetzt da aufnehmen. Ja. Gut, dann sieht man sich dann gleich in der Runde. Bis gleich. So, da kommen wir auf der Schlacht-Map Berlin. Sind wir die Verteidiger oder die Angreifer? Man weiß es nie im Spiel, also von daher. So ist es, ob wir die Angreifer sind. Lass mich rein! Wir sind nur im US, aber man, den musst du danach ausmachen. Oh, das ist weg Dunkel, kann das sein? Oh, wir kommen von... Kommen wir von... Kommen wir von Osten her? Boah, das ist eine gute Frage. Westen ist doch links, oder? Warte mal, Wind ist doch dann... Ja, wir kommen von Osten. So Süd-Osten, ein bisschen... Ja, heißt Süden, also Osten mehr. Ja, ja, mich tut irgendwie einpeilen hier, das merke ich gerade. Ja. Ja, der Curry ist in seiner MiG-21 MF drin, von der DDR. Weil ja, komischerweise hier im Spiel keine deutschen Amis mitfliegen können auf Height hier. Ja. Ich wollte ja auch hier Starfighter fliegen, der afrikanische, aber nein! Ja, ich finde, die sollten das so machen, damit die beiden Deutschen, zumindest mal Eight hier bei den Fliegern, dass wenn du mit einer MiG-21 reingehst, dass du dann bei den Russen auf der Seite bist, wenn du halt in Bundeswehrflugzeugen reingehst, dass du dann halt bei den Amis auf der Seite bist. Ja. Wird es tausendmal besser? Naja, DDR mit Russen und sowas, ne? Und China. Und die BW hier mit den NATO, wie es halt dann hier echt auch so sein sollte. So, aber wir gehen ein bisschen auf Höhe, ja, ne? Über die Wolken. Curry ist nicht so schnell wie ich. Boah, die Sonne. Und da fliegt er vorbei. Anzieht, Cockpit, Anzieht, auch schön. Ja, ich habe keinen Kopf, ich weiß. Das tut mir leid. Ah, ja. Winkelspiegel, wie im Auto. Bloß, dass sie innen sind. Also seitlich meine ich links und rechts. Im Auto sind sie ja draußen. So, Curry, bin über dir. Ja. Guck mal, die MiG-120 kommt schon besser hinterher wie die Mirage, gell? Ja. Ja, kommen Russen und Amis einfach die Besten, wenn es um Air Force geht. Heutzutage. Guck mal, da ist ne FN-104. Franzosen sind... Uh, da unten ist er noch. Was? Den höll ich mir auch. Kampfklappen rein. Geh weg von dem, ich bleib mal. Ich bieg der mal hinterher, ich pass auf, damit da keiner von der Seite kommt oder so. Ja, das Looping ist ein wenig schwierig mit dem Ding. Jetzt habe ich die Schulterwand Sprit vergessen auszuwählen. Wie viel hast du dabei? Ah, bloß 10 Minuten nimmer. Geiße. Aber den hole ich mir. So, Rakete aktivieren. Den hole ich mir, den hole ich mir. Ah, ja, ihr seht, das ist einfach... Es sind 10 CG-Raketen, die sind einfach zum Mäuse melken. Curry, ich glaube, du kannst runterkommen. Naja, ich komme jetzt runter. Da kommt ein A7. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Ja, die ist bei mir hier oben auf der Höhe. Was wir auch immer ständig stört, hier zum Beispiel. Ich sehe nichts. Mit dem blöden, äh, äh, Dings da. Äh, Überschall. Das ist, das nervt. So, jetzt muss ich jetzt mal verlassen, Curry. Äh, was war das jetzt? Oh, meine Kampfklamm, ich vergesse einzufahren. A7 ist weg. Aber ich muss eh zurückfliegen, muss er aufladen. Ja. Und in der nächsten Runde muss ich dann endlich mal das umändern. Dass ich auf 20 Minuten mache, höchstens auf 30. Aber den hole ich mir noch. Yeah! Habe ich. Gatling. So, ist der Flughafen. Oh, rechts von mir. Vielleicht komme ich da noch hin. Ja, müsste ich es schaffen. So, Justin, wir kommen. Macht euch bereit auf Landebahn. Wir werden jetzt landen. Man sieht, ich habe Landeklappen. Links, rechts. Und die Runde ist vorbei. Und jetzt versuche ich noch irgendwie zu landen, damit ihr den Fallschirm seht hinten. So, wunderschön. Besser geht es gar nicht mal. Motor aus. Hier, man zieht. Man zieht. Müsste ich gleich jetzt eigentlich. Warte mal, warte mal. Ja. Ja. Hier. Abbrämmschirm. Heißt du, oder? Abbrämmschirm, ne? Ja. 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 Der kommt dann, was war, 250 kam er, glaube ich war jetzt, glaube ich, das, ne? Wo er es aktiviert. 200. Okay. Und ab, ich glaube, unter 100 wird er wieder abgeworfen, ne? 70, glaube ich, oder 100, irgendwie sowas. Gut, jetzt habe ich irgendwas freigespielt. Neue 20mm Kanonen. Das heißt. Wie ist genauer? Waffenstreuung, ja. Das merkst du deutlich, wenn du schießt. 58% auf mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen. Oh, das ist ja geil. So, jetzt mache ich hier meine täuschen Körper und dann habe ich wieder alles erforscht. Was meinst du? Ah, mein Sprit. Stimmt, ja. 10 Minuten. Ne, ich nehme jetzt 30 mit, weil ich verpuffel da das Zeug. Das ist Wahnsinn. Oh, meine Flügelweckchen. Die wecklen immer ganz schön. Das ist auch neu animierter in dem Spiel. Find ich auch geil. Wohin fliehen wir an unserer ganz Verbindung? Gehen wir nach links oder nach rechts nach links? Ne, dann gehe ich auch mit nach links. Ne, dann gehe ich auch mit nach links. Wenn ich alleine ins Wespen-Nest stoßen. So, was willst du machen, Curvy? Links rum? Ja, ja, links rum, links rum. Ah. Genau, so. Alter wird es dir schlecht. Guck mal. Jetzt mit der VR-Brille bei der Aktion hier. Ey, da kannst du gleich einen Eim unten drunter stellen, du. Ach, die Twitch-Drops sind ja auch momentan, ne? Die ist ja auf Twitch. Da hat er dann die Zuschauer und so. Weißt du, da kriegst du halt mehr Zuschauer. Aber das wird es so, da gebe ich den, äh, und den bekannten YouTubern von Wassander, kennst du ja den? Ja. Da gebe ich ihnen recht, dass es einfach echt scheiße ist und ist einfach künstlich, äh, ein, äh, ein, äh, wie sagt man da, ein künstliches, ähm. Ah, ich weiß schon wahrscheinlich, was ich meine. Oh, du bist da ja links von mir. Ah, du bist da oben. Ja, man sieht, das, der Sprit, der geht raus wie nichts, ey, bei dem dicken Rohr hier. Ja, ich komme jetzt rein zu euch, also, in deine Richtung. Da sind ja ganz viele Leute, dann siehst du die? Äh, warte mal, ich muss gucken. Ja. Ja. Ich komme am besten auf meine Höhe hoch. Mann, du bringen wir dann. Ich komme jetzt auch nach, keiner aus. So, Kampff, äh, Klappenmann. Und dann geht es besser. Da ist ziemlich nah, rechts außen. Ja. Aber 155, 155 ist auch noch einer. Er ist alleine. Wow, da kam eine Rakete von mein... Was? Oh, vor dir. Vor mir ist auch einer. Mit unter uns. F-104, zwei Stück. Geh auf die rechte. Warte mal, ich geh auf die rechte da unten. Obwohl F-100... Was ist das, F-1? Ach, die japanische, ne? Ich versuche mal, dass ich den irgendwie krieg. Ach so, der will auf dich, glaube ich. Ja, ja. Ja, hab ihn. Ach so, der Gatling, da reiß ich was irgendwie, komischerweise. Komm, jetzt lass mal Richtung Gegner wieder fliegen. Ich bin der Punkt da hinten. Oh, was war das grad? Wollte mich mal anvisieren? War wahrscheinlich auch der abgestützte dann hier. Beep, beep. Was war das? Telefon. Oh, wir gewinnen. Curry, guck mal. Wenigstens da klappt es, wenn man eine Aufnahme dann irgendwie was aufnimmt. Dass man da mal gewinnt. Ja. Beziehungsweise auch gute Runden macht. Ich bin schon mit einem Abschluss zufrieden. Ja, kann man zufrieden sein. Jetzt halt hier im Hight hier. Mit Chats. Und mit drei bin ich überglücklich. So, machen wir mal die aktivieren, die Raketen. Das habe ich auf alten und leertaste. Ja, ich weiß es, wenn kompliziert, aber naja. Dann mache ich jetzt nicht so lang rum. Und bumm. Ja, habe ich gerade gesehen. Jetzt ist er schon tot. Den einen hole ich mir noch. Das letzte, oder? Ja. Also wenn meine Rakete eine Stricklein kannst du ihn haben. Ja. Ich habe jetzt nur mal gezeigt, dass ich dann, wie das geht mit dem, mit dem, mit der Rakete hier. Weil über vier Kilometer hat mir ja gesehen. Das bringt gar nichts. Oh, ich habe ihn gleich. Nein! Hätte ich jetzt gehabt. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Meine Kampfklappen. Echt? Das ist eine dicke Wicht. Ja, das ist das Problem an die lieben Zuschauer. Wenn die Jet fliegt mit Lenkraketen und ist halt ein Pulk drinnen und irgendein von dem Pulk. Also ihr jagt halt den Pulk einen Gegner, wie jetzt gerade eben. Und irgendeinem Pulk lässt die Rakete los und man weiß halt nicht, ob der den Gegner trifft oder den Gegner. Ja. Ja. Die Rakete lenkt dann automatisch auf den Verbündeten um. Ja. Die Rakete geht dann meistens immer auf das nähere Ziel, ne? Ja. So, dann sind wir in der nächsten Runde. Wo es mal gelandet, auf Sizilien, wie es ausschaut. Kann das sein? Ja. Kann sein. Ah, Spanien. Ach komm, Italiener und Spanien sind das gleiche. Die sprengen genauso schnell. Sagen auch sie. Sissi. Glaube ich, oder? Du weißt ja. Am Affield ausfliege ich erstmal gerade. Los. Oh, ein Mr. Rapper ist hier dabei. Ja, Bushido, alter. Bushido Minz. Minzett. Alter, ist die Mirage blöd. Jetzt ist die gerade fünfmal im Kreis gedreht. Ja. Also so auf dem Kreis. Ja. In einem Kreis auf dem Boden rumgefahren. Und dann ist es ja auf einmal umgekippt aufs Dach. Torben. Alter, die geht aber ab hier, die Mirage. Die, wo über dir ist. Die macht hier die Kurven, ey. Ja. Ja, die hat ja breitere Flügel als ich. Ahaha. Jetzt hat es sich im Fortgrad, der Depp. Jetzt wollte ich ihn gerade loben, weil es so geile Turns hier macht. Aber nein. Kein, dass die sparen können. Das war ein Fail jetzt, Alter. Aber richtig. So, wo liegen wir lang? Links rum oder rechts rum? Erst mal rechts rum, dass wir die Gegner, die da rum kommen, abfangen. Da geht es aber auch rechts rum. Hier bei uns hier. Geradeaus. Aha. Erst mal auf Höhe gehen. Über, 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 übers Märchen dann, ne? Ja. Aber ich gucke, dass ich hier so in den Wolken bleibe, damit ich den IR Radar nicht so gut erfassen kann. Ja, von Curryern kann man sich gute Tipps herholen, wenn es zum Chat geht. Chat fliegen. Ja. Bist du das, wo ich da höre? Ja, klar. Das bin ich. Ja, ich bin jetzt gerade auf der Höhe, wo ich ja nicht was sein will und habe schon 5 Minuten Sprit verballert. Das geht so schnell. Ja, ich habe Nachbrenner aus, das ist ein bisschen Spritspar. Achtung, Rakete in unsere Richtung. Paar Raketen in unsere Richtung. Huh. Oh yeah. Komm, den kriege ich. Nein, der hat mich. Scheiße. Ich wusste echt, dass die da jetzt rüberfliegen. Übers Meer. Ich habe immer gedacht, die fliegen immer da, weil der links weiß. Oh ja. Wo auch die Bodenziele sind. Aber jetzt zum Beispiel, äh, höher. So, dann sind wir wieder in Berlin. Ich weiß nicht, heute haben wir es in Berlin. Ja, ich sage jetzt einmal, Starfighter, wenn der Stock ist, ähm, ich will es dir gerne sagen, aber es ist eine totale Grütze, ey. Also, außer man kann halt mit der Gantling gut umgehen, kann man wenigstens da noch ein paar Kills machen oder Bodenziele, aber, ja, es ist schwierig. Also, mit der Gantling kriegst du ja auch hier, ähm. Bunker und so was. Ja, leichte Bunker, mittelschwere Panzer kriegst du mit raus. So, genau. Hey! 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 dass man da vorsteht man drum hat mich jetzt ja einige von uns gehen nach rechts aber dann gehen wir mal nach links also ich finde momentan die deutsche ist die qualme am besten chinesische die hat zwar 20 24 raketen mitnehmen sind sicherlich dieselbe wie die deutsche halt nur ohne flares die italienische ist die schnellste von allen kann das meiste mitnehmen am bomben raketen was weiß ich was die amerikanische ist eigentlich genauso wie die deutsche nur dass die halt keine flares hat deutsch ist halt die einzelne zuerst die japanische weiß ich nicht was da jetzt so besonders dann ist außer dass sie hat m9 es hat kann nur 16 ungelenkte raketen weil deutsch und die japanische und italienische sind sozusagen gelbe vom ei wenn es um starfighter geht ja es war eigentlich es war auch komisch was auch export also ich sag mal ja jetzt abgesehen ohne die die verluste da ja ist weil es schon export schlage also es ging halt mit mehreren ändern ja wie lange will er jetzt noch da bleiben der blöde unter überschalter ich habe sogar überschreit wenn ich steig ja ich auch so wollen wir langsam einfliegen ja ich frage mich wo die gegner sind unter und so rechts ist einer ja die sind alle rechts die mucke alles auf das ist richtig so action so richtig keine ahnung wie wenn das so hier er denkt und so was alle so richtig an ihm mit so überschreit war das um das geleckt grad koch videos werden nach 15 man kommt zwischen 15 und 20 denke ich spätestens die f1 aber das sind drei mix nebenbei halten ja noch ist ja bei ist guck mal auf sohn oder will zu mir bei den f1 bei ist bist du ja ich würde noch ein bisschen abschutten dem von unten ich gebe auf die f1 das doch mal fliegt doch gerade aus weiter sei doch mal zu fröhlich und nett ach du ich mache rakete auf die f1 ja ich habe mit der gentling mal draufgehalten so die holen wir uns ok das raus sitzt sehr schön einer weniger ganz ganz viele gegner oder ist eine was eine fg mk1 alter sind darf leck müssen weg müssen tief tief abbauen am besten oder anziehen was sie lieber runter als immer hoch fliegen würde auf wen soll ich jetzt gehen ja das ganze tonne drehen diese raketen kampf klappen raus und kampf junge 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 wenn es eng hier so lange wie keiner stört von hinten können die vielleicht kriegen ja was ich habe voll troffen habt ihr das gesehen kampf klappen zu schnell gewesen ich brauche hilfe der macht mich gleich alle denke ich mal ich bin auch nicht was hat denn der vordertyp da vor mir ich weiß es nicht rakete ist los soll die treffen nächste raus komm 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 ich treff den doch voll mit der gentling hast du das gesehen ich habe es gesehen du hast ihn getroffen ja aber nichts passiert mein sprit ist bald alle was schon okay fgr 2 zu uns oh yeah eine habe ich noch oder ja komm den kriegst du das gibt es doch nicht ich habe keine motion mehr mit der gentling jeder ist tot aber wir haben alle oder ne ganz neben noch einige alter war das gerade stressig aber du hast ihn doch ich habe gesehen dass du den getroffen hast und die eine rakete hätte den treffen müssen die zweite auf jeden fall man ja und die gentling danach auch normalerweise ich habe da von linken flügel ziemlich gut getroffen kein schaden gar nichts ich fliege jetzt erstmal richtung airfield ich brauche mehr raketen also neue da fliegt einer zurück glaube ich kann das sein ja hinter uns ist auf jeden fall einer der zu uns kommt hinter uns habe ich gerade gesehen aber der scheiß gepiepst der geht mir auf den penis man wer piepst mich da an ja entschuldigung für die fach ausdrücke fach kraft ausdrücke aber bei chat fliegen passiert sowas ja ich habe wohl bezogen das stimmt ganz vergessen nur eine rakete aber da ist es zu schade für den bot ach komm ich folgt jetzt einfach ich lande jetzt nimmer weil lohnt sich auch gar nicht bei zwei leuten dann versuche ich den mit der letzte rakete rauszuschießen ah du willst lande hast du gesagt ne ja ja hast du noch eine rakete ja einen habe ich noch ja guck mal du kannst ja links hoch zu denen steigen zu den anderen ach da links ne ja weil du kommst da hinterher hinter der fände wie viel sprit hast du noch was britische fänden ne äh 10 Minuten knapp gewesen grad ok und guck mal hinter uns kommt jetzt auch eine mirage in unsere richtung ne mirage am arsch oh ja ja warte mal lege ich auf die mirage aber von teil kann er jetzt abschließen die rakete ne nein obwohl ich weiß nicht ich glaub nicht aber wie das radar auf der starfighter funktioniert warte mal dann wenn der eine in den kampf geht dann kann ich mich anschließen ja so mr a mr nichts nutzt ich krieg dich so machen wir hier auf tot stellen als mit dem abstützen so jetzt nochmal hier angreifen wie die fg jetzt gerade fliegen und dann wieder rechts fliegen wo ist jetzt der hin der mr mr kunde da oh man ja einmal macht und weg war der ja wir müssen jetzt alle haben ja ja dann würde ich mal sagen das war dann erst einmal mit dem starfighter der deutschen deutschen starfighter und ja man sieht es ist halt schon schwierig gegenüber anderen mig-21 oder ähnliches zu fliegen aber es ist machbar man zieht man trifft auch mal aus dem der geld legen die rakete trifft halt nicht immer was oder eigentlich ja meistens nicht außer wenn wir jetzt hier wie dem fall grad eben was curry und ich schon noch ansprechen hier mit ähm ich hätte treffen müssen und sowas den die zweite rakete der also so langsam wie der war und alles und die 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 der konnte fast grad ausweichen auch mit die ist einfach nett explodiert die rakete ja und allein die geld links also die geld liegen da habe ich mir gedacht und da muss ich treffen aber ich weiß auch nicht was da passiert ist ich hab's ja gesehen ich weiß ich war ja vielleicht fünf meter von dem weg als seine als seine chance bei dem eingeschlagen sind also das fand ich richtig komisch aber so ist es ein schöner flieger also hier nebenbei mal chat fliegen darf weiter ich hoffe dass bei den deutschen noch ähm die phantom kommt und ähnliches oder hier was wie heißt der andere alpha chat ne alpha chat tornado ich würde sagen der alpha chat kommt dann da bei der china lisa rei denk ich perofighter typhoon weil meinst du ja aber wenn die die phantom reinbringen dann müssen die wirklich das trennen so weißt du damit die hier bundeswehr hast und und wie heißt das nochmal die volksarmee ddr ddr ja hier nva ja oder nva ja ja dass wir hier damit wenn du die flugzeuge von der nva fliegst in luft schlachten dass du dann bei den rosen auf die seite kommst und wenn du die von der bundeswehr kriegst dass du dann bei den armys auf die seite kommst das fängt ja schon an wenn du hier nachkriegspanzer nimmst hier bundeswehrzeug da hast du immer noch hier dieses diese 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 flacke mit dem deutschen reich und ja es ist zwar nur so kleinigkeit aber das fällt einfach auf weist und ja wie gesagt also hier phantom noch nach der f100g hier am besten auf weiß ich nicht was der deutsche wie die ausstattet ist mit raketen waffen beziehungsweise allgemein weiß jetzt nicht ja aber so hier auf 10 13 7 ganz normal wie die amerikanischen halt auch wenn wir hier sehen kann werde schon ganz lustig oder hier 10 3 wie der zum beispiel was weiß warum der auf 10 3 ist die phantom bei den amerikanern die eine da einfach dann würde ich da in der reihe von china lisa rein machen irgendwo hier ja weil es ja groundforce dings ist oder was ist das für ein ding genau oder halt nach der f48 chef oder sowas wie nennt sie das ding kein neger kein bomber sondern so ein mischmaschinen jagdbomber jagdbomber ja china ist doch jagdbomber china lisa kann man was sagen mit den lautraketen eigentlich schon ein mehrzweck mehrzweck ja so schauts aus gut dann würde ich mal sagen lasst euch überraschen was am nächsten mal kommt ähm ja koch videos habe ich schon gesagt es kommen dann zwischen 10 15 15 20 und ja dann bis zum nächsten mal danke fürs mit fliegen mit curry das wollte ich gerade sagen fahren fahren wir nicht wir fahren nur auf der landebahn aber dann geht es dann hochwärts gut dann bis zum nächsten mal sagen noch curry ja außer tschüss und goodbye sag ich nix ja und ähm ja dann kann aber wollte irgendwas sagen oder ähm ja wenn ihr euch vielleicht für für heitier chats oder sowas interessiert ähm dann könnt ihr gerne mal auf meinem youtube kanal lukas-wt gucken ich hab da vor längerer zeit vor zwei drei jahren also habe ich da mal ein paar videos gemacht so aber jetzt mit neuem elan und neuen technischen möglichkeiten versuche ich dieses projekt youtube weiter zu verfolgen und da würde ich jetzt mich mal freuen wenn ihr mal vorbeiguckt und da werden auf jeden fall auch sehr viele videos hier mit Felix mit frankenstuf bekommen und ja wir wollen halt dann zur art ähm Kooperation richtig er bezieht sich mehr auf fliegen und ich auf panzer gut er auch auf panzer aber ich mehr auf panzer als als ich mit flieger so würde ich sagen eventuell schiffe noch wenn ich lust habe oder wenn ihr sehen wollt überhaupt weiß ich nicht weil deswegen anders da ist als ja dann bis zum nächsten mal curry sag's doch zu ja bis zum nächsten mal dann ja genau dann bis zum nächsten mal tschau tschaui 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 tschaui